Herzlich Willkommen, liebe Leute, zurück zu all... Oh, ich bin schon mal nur gegangen. Zu meinem Part. Zu dem letzten Super Mario 3, die Wahrheit. Und der letzte Part hatten wir Erfolgreich, die Kosenwusel-Villa, ähm, die Panik im Pastel, also auch das, das hier mehr oder weniger Erfolgreich ist, und die Captain Toad-Map hier hinten, also das Captain Toad, ähm, den Senden gemacht und nun seht uns der Karmack, der Kack hier im Weg. Und den müssen wir jetzt besiegen. Schön, dass ihr eingestellt habt zu dem neuen Part. Es ist schon wild. Es ist Fakt, es ist wild. Also wir diese Spasten, die wild sind, aber das sind nur zwei Stück. Die sind relativ leicht zu besiegen, außer man ist halt einfach so dumm, wie ist, dann wird's wer. Aber, jetzt kommt es da gerade noch so aus der Scheiße rauskippen. Obwohl es hier und da vielleicht ein bisschen, ja, das ganze Kürtisal gemacht hat, wie es sein sollte. Ah, nur mal hier und da und da nicht ein bisschen. Nicht die Rede wert. So, das ist oft man raus, das Mikrofon ist jetzt weg, ich weiß es nicht. Weil, wie gesagt, ich bin auch in das Aufnahmeprogramm umgestiegen und da rauskippt doch noch ein kleines bisschen mehr, als das mit dem eigentlichen Lieb ist. Ich hoffe mal, dass das besser ist. Bin mir nicht besser. Muss mal schauen. So, Wert 3,5. Die Röhrenlagune. Das hört's doch mal interessant an. Ob ich so mehr gespannt bin, was uns hier jetzt erwarten wird. Let's go. Er sagt es. So, ach ja, das war dieses richtig gezählte, ja, wer hier, ich glaube, wo es bei irgendeinem von Pan definitiv gelohnt hat, äh, hochzukraxeln. Ich glaube, irgendwo in NGM hat's das erst hart gelohnt. Gut, hier war's doch noch nicht. Ja, was, ne, muss jetzt, sorry, oder? Ja, das macht doch Bock auf Urlaub, ey, Leute. Oh, das heißt, das sieht auch so schön aus. Weil das macht so miesen Bock auf Urlaub. Aber so richtig. Gut, aber sind Tanuki-Swan's. Wunst. Na, damit kann ich hier so... So, hups, hups, hups und alles. Glück ist hier weg, ähm, Sven-Se. Außer wie mich selbst. Am besten. Bin ich halt alles, was einem hart in den Weg kommt. So, was war denn hier? Ich hab keine Ahnung. Oh, scheiße. Das war keine gute Idee. So, hätte ich einfach reinnehmen in irgendwas Röhren rein. Das ist immerhin, ohne zu wissen, wo die denn eigentlich rauskommen. Selma ist hier. Ja, so weiß ich, die Röhren dann doch nicht so gut ist, wenn die einen irgendwo rausbringen. Wenn man dann nicht irgendwie safe ist oder so, wird's dann halt schon ein Critter. So, ich will eigentlich nur hier an die Items. Dann will ich auch gar nichts. Kann ich auch die großen Dinge damit an die Ding. Ja, oh, wie OP ist das denn? Das ist so ein anders wild, das einfach damit geht. So, hier gab's dann noch irgendwo. Genau, ja, ich wusste es noch nicht. Ich bin eigentlich nur hier hoch. Perfekt. Lieber es dann irgendwo, dass hier irgendwas von Sternen war. Aber man ist ein Level, die ich gern nicht oft gesorgt hab, weil es ist einfach noch so nicht der Grob. Oder was war? Bäh, das sieht so anders wild aus hier. Und auch hier ist der Stern, zack, perfekt. Ja, Leute, ähm, wir könnten ganz ein bisschen konzentrieren, aber prinzipiell, wie sieht's denn bei euch so aus? Habt ihr zu lieber, als im Twoska-Spiel eigentlich, von Anderson? Wie leid ihr so seid, weil, ich weiß, das Spiel ist fast fünf Jahre alt, aber, es ist mein Lieblingsspiel überhaupt, deshalb spiel ich das jetzt auch den ganzen Glück ab. Äh, war da noch irgendwann mal hier noch eine Kiste oder nicht? Jetzt mal könnte ich jetzt hier gerade noch eine, scheiße, Kiste gesehen. Misch, hier unten wären die gewesen. Gar, da kann man aber auch so aus großem Mario drauspringen und dich zerstören. Braucht's nicht mal zwangsweise Feuer. Ja, ich glaub, einen Stern hat er mit eventuell jetzt in den Sand gesetzt, das weiß ich gerade nicht mal mehr. Maybe yes, maybe no. Ah, man, ich wollte doch da extra weg. So, das wartet mal wirklich, bis die wieder drinnen sind. Damit wir definitiv, dass wir keinen Beef anfangen wollen. Äh. Millimeterarbeit hier, Sachs, Leute. Aber sowas für Millimeter, aber so schon mal, aber er ist, irgendwas weiß da, ne? Was? Nie im Leben. Ja, wo sollen die gewesen sein? Ich bin jetzt hart verwirrt. Wo ist zum Hank Havanna die anderen Sternen? Ich hab sie nicht gesehen. Ah, das rätst du nach, die auch stoppen machen, die anderen Sterne suchen. Ja, ist so zart, wenn wir so viele Sterne verlieren. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So sind wir halt am Ende miesermaßen. So sind wir nochmal rein, vielleicht finden wir es ja noch. Ich bin ja auch dadurch aus guter Dinge. Noch bin ich guter Dinge. Okay. So ein Items-Schlott ist immer eine gute Sache, zum abpassen. Und dann sieht es immer so aus, wenn es alte Items gibt, so wie hier. Wilde Items gibt es da immer. Nein, die ist mal abbekommen wild. So, da war der erste Sternen-Ging aussagt, ne? Da haben wir auch so einen geholt. Heißt, ab jetzt Augenoffen halten, wo die nächsten Sterne sind. Leul, das ist einfach so ein Bit. Du bist hier. So, wir müssen mal irgendwie jetzt mal nur auf die Sterne kommen. Ich werde bezahlen, dass die hat, wenn der. Jetzt hören kann hier hinten, dass hier irgendwo einer war, aber. Okay, das ist ja nicht so scheiße. Man muss damit die Frage sein, ob die Boxe killt, glaube ich. Ob das hier noch nicht weiter ist. Ich habe mir auch gleich eine Feuerblume serviert. So, wir werden jetzt dann auch arbeiten. Aber ich kaputt feuern. Ich dachte mir auch nur an, das weiß eh die Quere kommt. Ich habe zwei Körpers hier irgendwo. Alter, war das ja auch. Ja, das musst du alle von den Toten machen. Ich weiß es echt nicht mehr. Könnte aber eigentlich echt gut sein, wenn ich mal drüber nachdenke. Scheiße. Song sind verspielt. Egal. Ich glaube, da war nichts, der in Tessniss. Ich glaube, hier ist es sonst auch nichts, der in Tessniss. Vielleicht liegt es ja mies falsch, aber ich kann mich wirklich nicht mehr... Aber wo sollen die dann alle gewesen sein? Jetzt leveln wir bei WTF. Ja, Leute, jetzt haben wir es mal offscreen. Hier machen wir es auch so, jetzt haben wir offscreen und so. Das ist noch ein paar... Slider finden uns hier alle und dann, ja. Weil das wirklich mal einen Part macht, den nächsten Mal einen Livestream vielleicht. Wo es da wirklich gespielt auf der Innsuche geht. Wollen wir was hauen. Mal ein Livestream kompensiert, weil das so einen ganzen Voraufnehmen. Hm. So, da ist... Was ist denn das für eine Welt? Mal von der Chronologie her zu hauen. Hier haben wir mal... 3,6. Okay. Das war 3,5. Und da ist dann wieder 3,7. Das wird losgehen mit den Bienen, das Level. Wollen wir die mal heute mal. Das Mario Kart Level hier aus jeden Fall. Das wilde Mario Kart Level, Scab. Bergpass Sprint. Ja, und das ging auch, was wir machen. Das ist aber auch wild, tatsächlich. Aber hier ist sowas mit keine Ahnung mehr. Wo es da... Irgendwas der eine Artiges gab. So, wir haben mal hier was hauen. Und dann hab's einen gefunden. Jetzt ist der was für wild. Was ist das für Mario Kart? Nur halt... Ohne Kart. Mario, hol den scheiß Stern. Der. War das knapp. Weil der noch so Spiel hatte, hat er immer gegen die Wand gerannt. Ist, ey. Ich weiß, ich könnte es werden können. Das war aber ein Satz mit X. Das heißt, da braucht man Speed dafür. Ja, also wie hierfür. Mist. Unnötig. Aber dann haben wir es in die beiden. Dann nur für sowas, ey. Das hat uns mal mega gelohnt. Okay, wir müssen mal da hochkommen. Das geht eigentlich immer, wenn man einen Mega-Monsterspunkt macht, ne? Ja, wir müssen mal das ganze Level machen, wenn man hier mal das ganze Level machen kann. Aber nur ab hier mit dem Ziel da hochzukommen. Das wird klappen. Ich bin optimistisch. Ich bin optimistisch. Und trotz kleiner Mario ganz nach oben gehüpft, so soll das sein. Wild. Das ist doch mal wirklich ein wildes lustiges Lärm, wenn man sagt, hey, das ist cool. Allein. Ich hab mal einen Fall, zu den Fall. So, soweit sie gut, soweit sie gut. Wir haben jetzt ein Wild mit Wild. Wie viel wird's eigentlich schon für den Boss brauchen, wenn wir da überhaupt so hochkommen? Jetzt wird hier nämlich ein Sohn angezeigt. Nee, wenn wir noch nicht hochkommen. Mist. Okay, aber noch einen weiten Weg fahren. Das ist der nächste Part. Wenn wir uns nicht Casino anzahauen und das Level 3.7. Hin und her im Saltertal. Das Level Multiplayer. Das ist die reinste Fahrt. Aber es wird bestimmt witzig werden. Und ich bedanke mich jetzt beim Zusehen. Und es ist noch ein schönen Tag. Macht's gut. Ein Ciao. Ciao.